Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breitlaufformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrampf zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Steiner konnte nicht gewinnen, Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfunden.